Wir hatten einen Kandidaten, der uns alle mitgezogen hat und der mich persönlich auch mitgezogen hat und damals bewegt hat, das war Wiener Hermann. Und ich weiß nicht genau, ob es an diesem Sommer lag oder an den vielen Menschen, die mir in den Jahren dann begegnet sind zum Sommer. Ich habe damals mein grünes Herz an den Kreis Söhr-Tübingen verloren und war dann danach auch immer wieder in unterschiedlichen Funktionen als Kreisvorstand oder als Bundesmitglied oder auch im Landesvorstand für euch, auch als Landesvorsitzender. Seitdem schlägt mein Herz für den Kreis Söhr-Tübingen und für uns Grüne hier. Und seit dieser Zeit, vor zehn Jahren, hat sich viel verändert. Boris ist nicht mehr Landtagsabgeordneter, sondern Daniel ist Landtagsabgeordneter. Boris ist der erste grüne Bürgermeister, ist im Rathaus Winne, ist kein Bundestagsabgeordneter mehr, sondern ist der erste Verkehrsminister und zwar der erste grüne Verkehrsminister im Land. Und ich war eben sieben Jahre lang euer Kreisvorstand, habe hier kritische Debatten geführt, sei es zu Kohlekraft, sei es zu der Frage zur Trennung von Amt und Mandat, zum Grundeinkommen oder zu Afghanistan. Vor drei Jahren bin ich zum Landesvorsitzenden gewählt worden und ich glaube, die Veränderung in den letzten drei Jahren ist wirklich noch schneller gegangen als in den sieben Jahren dazu vor. Dazu eine Geschichte aus dem Sommer 2002. Im Sommer 2002 hatten wir einen Referenten eingeladen zu einer kleinen Aktion, das war ein politisches Weißwurstfrühstück auf dem Marktplatz. Wir hatten zwei Bierbänke und zwei Biertische dort hingestellt und haben damals darüber gesprochen, welche Bedeutung die Bundestagswahl für die Landespolitik hat. Dieser Referent war damals mit Friedrich Kretschmann und es waren genau zehn Leute da, die damals mit uns über Landespolitik und Bundespolitik gesprochen haben. Und ich glaube, wenn wir diese Veranstaltung heute, diesen Sommer, zehn Jahre später wieder auf dem Marktplatz machen würden, bräuchten wir ein Bierzelt und der ganze Marktplatz wäre voll. So erinnern sich die Zeiten. Die Zeiten ändern sich und es ist viel passiert, aber eins hat sich nicht verändert. Mein grünes Herz schlägt für euch, für den Wahlkreis Tübingen, für den Kreisland Tübingen, für grüne Politik hier. Für grüne Politik nicht nur in der Stadt Tübingen, sondern auch im gesamten Wahlkreis. Ich war dort immer wieder unterwegs in den letzten Jahren. Und weil mein grünes Herz hier schlägt, will ich gerne euer Bundestagsabgeordneter sein und bitte euch deswegen heute um euer Vertrauen. Und wenn wir gemeinsam zusammenstehen, dann schaffen wir, dass wir die nötigen Stimmen hier im Wahlkreis zusammensammeln. Denn es wird die knappe Wahl werden, dass wir Schwarz-Gelb in die Opposition schicken können. Wir haben in den letzten drei Jahren ein schwarz-gelbes Chaos erlebt. Sei es bei der Steuerpolitik, die die Haushalte untergraben haben und Steuerbeschämte verteilt haben. Sei es bei der Energiewende, die in die Sackgasse geführt worden ist. Oder bei Europa, wo immer mehr Vertrauen in Europa von Merkel, in die ich, verspielt worden ist. Wir haben ja die schlechteste Bundesregierung in aller Zeiten. Das ist mehrfach in den Zeitungen und Letzten gestanden. Und ein Beispiel dafür finde ich, die aktuelle Debatte über das Meldegesetz. Wo gibt es denn sowas, das eine Bundesregierung und Gesetz auf den Weg bringt und sich danach, kurze Zeit später selbst davon distanziert. Alle Zeiten mit dem Finger aufeinander, ob CSU, FDP oder CDU kann ja das gewesen sein. Nach dem Motto, haltet den Dieb, aber ich war es nicht. Und wenn man ganz ehrlich ist, zeigt es doch den Kern dieser Bundesregierung. Durch, dass diese Bundesregierung immer wieder vor Lobbys einkriegt. Diesmal war es die Lobby der Werbewirtschaft, wo ein Gratisgeschenk auf Kosten des Datenschutzes und aller Bürgerinnen und Bürger gemacht worden ist. Und ich finde, diese Lobbypolitik in Berlin muss endlich enden. Und diese Schwarzgerber-Regierung hat es zu DIN 2013 abgelöst zu werden. März und Größler gehören auf die Opposition. Und ich will, dass wir hier in Tübingen in der grünen Hochburg die nötigen Stimmen zusammensammeln, dass dieser Politikwechsel geringt, denn es wird knapp werden. Und deswegen müssen wir hier für das beste Bundestagswahlerlebnis aller Zeiten kämpfen und gemeinsam einstehen. Liebe Freundinnen und Freunde, hier erhalten wir einen Kandidaten der Wahlkampf- und Kampagnekannen. Ich habe viele Wahlkampfe hier in Tübingen gestritten, mitorganisiert. Ich habe auf langes Ebenen einen Landtagswahlkampf organisiert und eine Volksabstimmung. Ich habe unterschiedliche Podien gemacht in den letzten Jahren zu einer liebende Verkehrspolitik, Landwirtschaftspolitik. Ich habe zu vielen grünen Themen etwas zu sagen. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich bin ein Kandidat, der sich auf eine Landesliste durchsetzen kann. Ich bin in den letzten drei Jahren durch viele Kreisverbände gekommen, kenne den Land sogar in und auswendig. Und ich wünsche mir, wenn ihr mir heute mein Vertrauen schenkt, dass ihr dann im Dezember alle mit nach Böblin kommt und dort laut und mich lautstark in der Halle in Böblin unterstützt, dass ich einen fordernden Lissensatz auf der Landesliste kriegen kann. Und ich will auch einen fordernden Lissensatz antreten und auch einen einstelligen Lissensatz. Und hoffe ich, eure Unterstützung dort im Böblin zu haben. Soweit ist es ja nicht durch Schönbuch. Ich will und ich will auch als Abgeordneter in der Tübinger Tradition stehen. Traditionen sind immer so eine Sache, ist auch nicht mal gut, wenn man es mit ihnen bricht. Und die Grünen haben mit vielen Traditionen in der Politik gebrochen. Aber ich will eben eine Tradition weiter fortsetzen. Ich will mich gerne zu umwelt- und verkehrspolitischen Themen im Bundestag einbringen. Ich bin jetzt kein Schienenküsser, wie viele Verkehrspolitiker immer witzig genannt werden, sondern mich treibt eine große Sorge und ist die Sorge über den Klimawandel und die Sorge um die Zukunft unseres Klimas um uns zu nehmen. Wer den Bericht von Claque Fromm im Mai nochmal gelesen hat, dem ist klar, dass der Klimawandel eigentlich ungebremst ist. 2030 wird, dass der Ausstoß der CO2-Gase am höchsten sein, zu spät, um das vereinbarte Ziel von 2 Grad zu erreichen. Und deshalb brauchen wir einen Politikwechsel. Und wir brauchen diesen Politikwechsel eben nicht nur bei der Energie oder wie wir unsere Gebäude heizen und wie wir Energie erzeugen, sondern auch wie wir uns bewegen und wie wir Dinge forttransportieren. Gerade im Automobilland Baden-Württemberg, im Mobilitätsland Baden-Württemberg, ist es wichtig, klarzumachen, dass dieser CO2-Ausstoß im Verkehrsbereich weiter zunimmt und global leider alle Erfolge im Bereich Energiegewinnung auffrisst. Wir brauchen erstmal eine Verkehrswende, wir brauchen eine Verkehrswende hin zu einer verletzten, klimaneutralen Mobilität. Und dem Thema will ich mich im Bundestag, im Bundestagswahlkampf und als Abgeordneter stellen. Und ich glaube, hier haben wir Grünen eine Grinschuld, die wir leider nicht erfüllt haben. Denn unter der letzten rot-grünen Regierung auf Bundesebene haben wir eben einen Partner, nämlich Gerhard Schröder, bekanntlich der Kanzler aller deutschen Autos, an dem wir uns abgearbeitet haben, aber das Geld leider wenig erreicht haben. Ich will in diesem Thema arbeiten und will mich da auch gegen die anderen Parteien durchsetzen. Wenn ich mir anschaue, wie die anderen im Klimaschutz und im Verkehr denken, dann ist es bei der CDU so, mehr Straßen für weniger Geld, es wird nicht funktionieren. Die SPD hat Benzin im Blut oder die Schmiedel immer sagt, da wo der Wagger steht, geht es uns gut. Also da wo mehr Beton verbuddelt wird, passt es dann auch. Und die Linke steht hier sogar in Tübingen, eben die Parkraumberutschaftung. Obwohl sie damit eigentlich zeigt, dass sie nicht verstanden hat, dass es darum geht, dass Städte lebenswert haben müssen, auch ohne Autos. Ich will in der Vergangenheit auch ein bisschen Beton- und Benzinparteien abarbeiten und das will ich mit einer realistischen und neuen Verkehrspolitik tun. Ich glaube, Verkehrspolitik muss sich in Zukunft in einem Dreieck bewegen, in einem Dreieck zwischen Klimaschutz, öffentlichen Haushalten, denn auch dort gilt die Schuldenbremse und eine leistungsfähige Infrastruktur. Und da will ich euch ein Beispiel zu sagen, ich bin ja ein großer Fan des Parkplatz-Onlines und dort konnte ich letzte Woche eine virtuelle Stadtrundfahrt mit der Regulerstadtbahn machen. Also man ist da eingestiegen am Bahnhof, über die Mühlstraße gefahren, wo zur Uni, dann zur Frauenklinik und am Ende der Endstation begehen. Damit diese virtuelle Stadtrundfahrt irgendwann Realität wird, braucht es aber Rahmenbedingungen auf Bundesebene. Und diese Rahmenbedingungen auf Bundesebene ist eben das GVFG, also das Gemeindeverkehrsprotenzierungsgesetz, und werden Mittel, die 2019 auslaufen werden. Ich will mich dafür einsetzen, dass es diese Nachfolgeregelung gibt, dass in Zukunft ganz deutschlandweit kluge Stadtbahnprojekte, kluge Regierungsstadtbahnprojekte entstehen können. Und dafür braucht es aber eine Finanzierung. Und diese Finanzierung hat Dennis vorher völlig zu Recht angesprochen. Es geht darum, auch diese neue Verkehrsinfrastruktur zu finanzieren. Und mein Beitrag, oder meine Idee dafür ist, dass wir drei Cent auf den Niederspritt geben, drei Cent auf den Niederspritt, damit wir eben diese Schieneninfrastruktur ausbauen können und damit 1,8 Milliarden in die Verkehrswende stecken können. Denn klar ist, die Verkehrswende wird es nur geben, wenn wir sie auch finanzieren können. Die brauchen wir dringend. Noch zum Abschluss ein paar Worte und ich ziehe im Wahlkampf, wenn ich euer Kandidat werde, erinnere. Ich habe Lust, mit euch in Tübingen, Hecking, Rottenburg, in Berlin, in Kusteringen, Politik zu machen und sehr gerne euer Abgeordneter. Ich verspreche euch, dass ich mich genauso in diesen Job werfe, wie ich mich in den Job als Landesvorsitzender geworfen habe. Und gemeinsam können wir 2013 grün machen. Und ihr habt es heute in der Hand, wenn ich euch meine Stimme gebe, dann wird 2013 noch kühlen. Danke. Danke.